hallo lieber wieso das hier habe ich mir in den paket reingemacht das ist hier dagegen nennt sich das biboru und auf portugiesisch also allgemein aus portugiesisch heißt das immobilierdauro wört wörtlich übersetzt ist das eine batterie mit wasser oder für wasser das hat den genialen effekt dass du da immer kühles wasser austrinken kannst das braucht aber ein bisschen vorbereitet du musst das mehrere tage mit voll mit wasser füllen und das auch in der schale mit wasser rein tun so dann kannst du das immer gebrauchen hier musst du immer aufpassen dass du beim trinken solltest du nicht mit dem mund direkt dran dran kommen das hat was mit dem was ich noch erzähle zu tun das heißt du musstest dir so von oben direkt trinken ja und das geht nicht anders hier ist zum füllen und da ist halt zum zum trinken also und also wie gesagt da ist immer das wasser kühlt das hat was mit dem ton zu tun mit den poren und sowas so und das kannst du das schenke ich dir mit den paar anderen sachen wo ich dir geschenkt habe da ist auch was drin was über selber eine bedienungseinleitung hat das werde ich dir nicht erklären aber das soll praktisch für dich sein vielleicht bringt es dir was wenn du unterwegs bist vielleicht ist das gut ja genau im gebrauch solltest du das dann auch immer mit wasser füllen das heißt du fährst dann wenn du es wirklich gebraucht auch viel mehr wasser trinken ist ja bestimmt nicht schlecht okay